Wir sind immer noch am 19. und Rambo hat sich um 11.11 Uhr verabschiedet. Das passt irgendwie. Jetzt müssen Mutter und Vater zu zwei Seiten hin füttern. Und ich wollte noch schnell eine letzte, vielleicht letzte Nahaufnahme aus dem Nest machen. Bei der Auswertung des Videos habe ich meinen Augen nicht getraut. Ich tue nichts, ich tue nichts. Passt mal gut auf. Vier minus Rambo wären drei. Und was sehen wir hier? Das bedeutet, von den sechs Eiern, die ursprünglich da waren, sind tatsächlich fünf ausgebrütet. Und die Nummer fünf ist niemals in Erscheinung getreten. Deshalb vermute ich, dass er zurückgeblieben ist, vielleicht im Wachstum oder behindert von den anderen. Denn man hat ja immer nur vier gesehen. Ja, beim genauen Hinsehen hat man jetzt vier Schnabelspitzen gesehen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hat er nichts zu essen gekriegt. Es sieht auch manchmal so aus, als wenn die drei anderen über ihn wegsteigen. Das wirft alles über den Haufen, was wir bislang gedacht haben. Wir sind immer noch am 19. Am frühen Abend und auf jeden Fall wird sich Professor recht bald auf den Weg machen. Das ist klar. Und wie gehabt treten immer nur die drei vermutlich stärksten und am weitesten entwickelten in Erscheinung. Es ist aber in der Vergangenheit so gewesen, es ist ja immer ein ziemlich lautes Piepsen zu hören, wenn jemand mit Futter kommt. Vielleicht kann der, der sich die ganze Zeit versteckt hält, gar nicht mal richtig piepsen. Ja, selbst hier bei der Fütterung sperren wieder nur drei ordentlich den Schnabel auf und man sah die vierte kleine Schnabelspitze nur ganz kurz vorne an. Ja, im Baum ist er wieder. Wenn der jetzt für euch allein verantwortlich ist, dann gibt es aber strenge Diät. Oh oh. Oh oh. Na hier sieht man gleich mal vier aufgesperrte Schnäbel. Der kommt immer so aus dem Hintergrund von hinten rechts und wird irgendwie total missachtet. Jetzt gerade hat man dieses Knarren deutlich gehört. Jetzt gerade hat man dieses Knarren deutlich gehört. Jetzt sind beide älter. Hieß es nicht, die betteln auch andere Vögel an? Da saßen jetzt gerade zwei Meisen. Und schwupps waren die Köpfe oben. Und dann ist es nicht, die betteln auch andere Vögel an. Das ist nicht, die betteln auch nicht. Da hat man auch gerade diese Art Knarren wieder gehört. Und da streckt er wieder sein Köpfchen hoch, kommt aber nicht so hoch, trampeln die anderen auf ihn herum. Ja, dieses Zischen oder Knarren war wieder sehr gut zu hören. Irgendwie tut mir der Kleine ja leid, aber jetzt ist es schon spät. Heute lassen wir uns überraschen, ob morgen immer noch vier da sind. Ich kann es mir nicht vorstellen.